40 Jahre lang vereinfachte Robben und Wienches den Menschen in Berlin das Leben. Die Zukunft auf dem ehemaligen Gelände des Fahrzeugverleihs im Herzen von Kreuzberg soll nun dem Panion The Chef gehören. Ein neuartiger Mikrokosmos, der die Menschen ins Gespräch bringen soll. Ein Ort für Unternehmen, Künstler und Start-ups, der bis zum ersten Quartal 2021 fertig gebaut sein soll. Unsere Vision ist, einen Gewerbehof 2.0 zu entwickeln. Das heißt, die Gewerbehöfe, die es in Kreuzberg gibt, neu zu interpretieren und zu modernisieren. Das ist uns mit der Architektur, wie wir finden, schon sehr gut gelungen. Und jetzt gilt es noch, die passenden Nutzer zu finden, die diesen Gewerbehof genauso lebendig machen, wie es die anderen Gewerbehöfe sind. Der Entwurf für den Gewerbehof stammt vom Architekturbüro Kader Wittfeld Architektur aus Aachen. Die Grundidee ist die, den alten Charme des Gewerbehofs in ein modernes, neues Gewand zu kleiden. 18.000 Quadratmeter Fläche mit dem Verbindungselement Innenhof. Ein Gewerbehof funktioniert so, dass ich im Erdgeschoss eine Einzelhandelsnutzung habe. Da sind Manufakturen, da sind kleine Geschäfte. Und die komplette Erschließung erfolgt über den Hof. Das heißt, alle Nutzer werden in den Hof hineingezogen und verteilen sich dann über die Treppenhäuser in die einzelnen Etagen. Und das funktioniert bei unserem Pagnon the Shelf auch. Das heißt, alle gehen über den Trichter, den wir geplant haben, in den Hof hinein und gehen von dort in die einzelnen Geschosse. Nicht unwichtig im Erscheinungsbild des Pagnon the Shelf sind die großen, offenen, einladenden Fensterfassaden. Zudem wird es in Verbindung mit einem Start-up auch eine interessante Außenflächennutzung geben. Der altbekannte Satz, ohne Moos nichts los, bekommt in Kreuzberg nun eine klimafreundliche Bedeutung. Die Ausanlagen sollen als Arbeitsort in der Außenfläche nutzbar sein. Also mit Sitzmöbeln, mit einer Tribüne, die gebaut wird, wo die Unternehmen ihre Meetings machen können. Und dabei hinaus wollen wir an dem Zugang zum Gewerbehof die schlechte Luft der Prinzenstraße blocken und filtern. Und dafür haben wir ein Berliner Start-up gefunden, mit dem wir die erste Berliner Moosfassade planen. Das heißt, die Luft mit dem Feinstaub wird gefiltert über eine Mooswand. Und aus der Mooswand kommt frische, saubere Luft zum Atmen für alle Büromieter. Die Gewerbehöfe mit Leben füllen ist eine wichtige Maxime des Projekts, das beispielsweise gern ein Fahrradgeschäft mit Reparaturwerkstatt und Bezug zu E-Bikes mit integrieren wollen würde. Zudem soll das Thema Kunst eine wichtige Rolle spielen, zu mehr als fairen Konditionen. Wir machen das in zwei Wegen. Der eine Weg ist, dass wir die Flächen, die da sind, seit Februar diesen Jahres bis Ende diesen Jahres temporär zur Verfügung stellen. Wir haben in Summe vier Kunsthochschulen dieser Stadt hier mit ihren Ausstellungen, der Absolventen. Wir haben noch den Berlin Art Prize hier und wir haben verschiedene kleinere Sachen, wo Kunst und Kultur hier stattfindet. Das ist aber nur temporär. Und wir haben uns freiwillig dazu verpflichtet, einen kleinen Teil der Fläche, die wir neu bauen, langfristig, das heißt für zehn Jahre, auch preisreduziert für Kunst, Kultur und Kleingewerbe zur Verfügung zu stellen. Pandion The Shave ist ein Projekt, das an seinem neuen Standort zweifelsfrei in große und kultige Fußstapfen treten wird. Für die Berlinerinnen und Berliner aber ebenfalls ein verbindendes Element sein will.